Okay Leute, Top-Speed-Party in Abu Dhabi. Ich soll einfach nur Vollgas geben. Dann mach ich das halt, ne? Wir haben jetzt schon 150 drauf. Jetzt sind es 200. Bedarf voll durchgetreten. 250, 260, 270, 280, 290, 300. 325, Fenster geht auf. 350. 355, 57, 260. Matthias ist jetzt schneller als ein landendes Space Shuttle. Doch dann geht er vom Gas. Shit! Alter! Das glaub ich nicht. Alter Schweden! Am Ende zählt nur der Wert, den die GPS-Messung anzeigt. 359? E-